Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Freitag, den 2.10.2015. Es ist 19.38 Uhr, ganz genau. Schön, dass Sie da sind. Natürlich standen heute die Non-Farm-Payrolls im Fokus. Also wie viele Stellen wurden außerhalb der Landwirtschaft für den letzten Monat September in den USA geschaffen? Erwartet wurden hier 180.000 neu geschaffene Stellen. Real wurden es nur 143.000. Nun ja, wir hatten ja gestern den durchaus sehr, sehr heftigen Abverkauf gesehen im DAX von 9.781 Punkten. In der Spitze im absoluten Sell-off dann hier über 320 Punkte im Minus. Heute dann die folgerichtige kleine Erholung und an diesem gleitenden Durchschnitt, bedingt auch durch die Nachrichten, brach der Markt dann hier um 260 Punkte ein. Stabilisiert sich aktuell aber auch gerade wieder um 233 Punkten. Also leicht schlechtere Zahlen hätten vermutlich zu einem durchaus bullischen DAX geführt und bullischen Dow Jones. Weil bei leicht schlechtere Zahlen ist die wirtschaftliche Situation okay. Die FED hat, die Notenbank hat mehr Spielraum, um noch die Zinswände zu verschieben. Aber bei derart schlechten Zahlen muss man sich ja schon fragen, inwieweit die USA nicht doch auf eine Rezession hin steuert. Und nach China wackelt jetzt so gesehen auch noch der amerikanische Arbeitsmarkt. Und von daher waren beide Extreme schlecht. Viel zu gute Zahlen lassen auf eine frühere Zinsanhebung spekulieren. Viel zu schlechtere Zahlen sind letztendlich auch wiederum ein Knackpunkt für den Zustand der amerikanischen Wirtschaft, der jetzt hier in Zweifel gezogen werden kann. Weil das sind schon wieder schlechtere Zahlen. Und deswegen wären so etwas leicht schwächere Zahlen besser gewesen. Minimal unter Konsens. 175.000 oder so war es bei erwarteten 180.000. So verschiebt der Dow Jones und der DAX die Entscheidung für diese Woche. Nach dem heftigen Sell-Off eine kurze Korrektur, dann ein erneuter Sell-Off, jetzt davon die Korrektur. Nun ja, momentan spricht vieles dafür, dass wir so in diesem Bereich ausklingen werden. Aber es ist natürlich so, dass der DAX hier immer noch nicht aus der M30-Seitwärtsphase ausgebrochen ist, sondern lediglich durch den Abverkauf heute auch nochmal ein wichtiges Tief dieser M30-Range angetestet haben. Das sieht man eigentlich relativ deutlich hier. Das resultiert aus diesen Tiefs. Dann haben wir noch ein letztes Tief hier. Und diese Seitwärtsphase ist dann so zu definieren. Naja, und über 9.790 Punkten bricht er sie halt long. Dann wäre direkt Platz bis 10.020. Ja, das ist die Geschichte. Inklusive der EMA hier oben. Also dann kann man zumindest damit rechnen, dass wenn die 9.800 gebrochen wird, dass hier die 220 Punkte nach oben anstehen. In der jetzigen Variante testen wir den Abverkaufsbereich. Also da, wo wir heute abverkauft wurden, da ist jetzt momentan der DAX und scheint wieder zu drehen. Noch ist die Seitwärts-Tendenz aktiv. Wir sind eher im höheren Bereich. Daher ist durchaus realistisch, dass wir vielleicht nochmal fallen könnten. Aber Sie sehen selber, erst ein Bruch der Seitwärtsphase macht das Ganze wieder für zumindest Trendhändler relevant. Ansonsten bleibt nur Long-Position im Bereich von 9.380 eng gesculpt. Oder 9.300, auch da eng gesculpt, wenn das Ding hier unten hinkommen sollte und drehen sollte. Ansonsten sieht es momentan eher so aus, als ob wir hier seitwärts short laufen könnten. Ja, dann Euro-Stocks. Momentan ja hier auch eher seitwärts gerichtet. Liefert keine wirklichen Impulse. Und gerade wenn wir jetzt mal einen Blick auf den Dow Jones werfen, dann geht der Markt unentschlossen ins Wochenende. Zumindest so sieht es danach aus. Wir haben hier zwar ein temporäres Tief gesehen, sind heute aber auch nochmal eingebrochen. Das wurde allerdings wiederum gekauft. Das heißt, noch stabilisiert es sich hier. Und die kleine Seitwärtsphase ist immer noch aktiv in der Form. Wirkliche Shorts ergeben sich erst bei 16.740. Tja, und jetzt ist die Frage, wie wir da ins Wochenende gehen. Aber man sieht auch hier die Seitwärts-Tendenz vorhanden. Wenn er jetzt nochmal richtig einbrechen würde und am besten unter der 15.880er Marke schließt, dann wäre das ein klarer Short nochmal in den Bereich von 15.600 oder 15.300 Punkten. Aber so stabilisiert er sich leicht hier an der unteren Unterstützung. Ist noch zu weit weg, um zu shorten. Und auch zu weit weg, um aktuell jetzt noch zu kaufen. Wenn man vielleicht kurzfristig versucht, in den Markt zu gehen, ist ja auch dann die Frage, wo das gelingen könnte. Ist halt auch die Frage. Also wenn er hier dieses Hoch überwindet, 16.378 oder 16.450, das wären dann so potenzielle Kaufoptionen. Aber der ist halt jetzt auch schon wieder 360 Punkte durchgestiegen. Das wäre mir zu dynamisch schon bereits gelaufen. Was haben wir noch? Gold hat als einziger nachhaltig hier eher gewirkt. Während also der DAX kurzzeitig eingebrochen ist und wieder gekauft wurde, sind die Anstiege in Gold noch vorhanden. Ja, also er hat nicht in jedem Markt oder die Non-Farm-Payrolls wurden nicht in jedem Markt neutralisiert. Sie wurden mehr oder weniger heute neutralisiert in den Indizes. Aber in Gold sieht man, er ist hochgeschossen und blieb dann am Ende auch noch oben kleben. Aktuell bei 1.136. Naja, noch sieht diese Situation weiterhin bärisch aus. Ich habe Ihnen hier auch nochmal den Silber-Chart oder den Silber-auf-dem-Wochen-Chart mitgebracht. Man sieht deutlich, dass der Ausbruch hier aus dieser Konsolidierung zu sehr, sehr viel Momentum geführt hat. Während der Ausbruch beispielsweise hier unten momentan erstmal in so einer kleinen Seitwärtsphase endet. Daraus kann viel, viel mehr werden, wenn beispielsweise jetzt hier die 19-30er Marke getriggert wird. Wird besser sogar die 21-60. Dann wäre das hier sogar fast schon wie so eine Art Fehlausbruch. Ja, der konsolidiert monatelang so zwischen 15 und 19 US-Dollar pro Feinunze. Der bricht dann aus, liefert kein Momentum. Trendfolger gehen short. Was passiert? Momentum flacht ab und dann letztendlich läuft das Ganze in die Gegenrichtung. Aber so wie es jetzt ausschaut, eben fehlt bislang nur das bärische Momentum. Das ist noch nicht bullisch. Es fehlt bislang nur das bärische. Und das könnte relativ schnell unter 13,94 zurückkommen. Und dann wäre es ruckzuck so, dass man im Silber mit 11,36 rechnen müsste. Das einzige bullische Szenario wäre natürlich wirklich, er bricht jetzt hier direkt nach oben hindurch. Aus einem Short-Signal wird ein direktes Kaufsignal. Das ist die einzige Situation, die da momentan relevant ist. Gold übergeordnet. Auch hier sieht man leicht bullische Impulse heute an der Trendlinie. Alles in allem erinnert das aber an eine Konsolidierungsformation im Rahmen einer SKS. Und noch ist da gerade auf dem Wochenchart noch nichts passiert, was in irgendeiner Form auf eine Trendwende hindeuten könnte. Eine erste interessante Umkehrkerze ist sicherlich hier, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Vor allem immer noch unter dieser Linie, der gebrochener Trendlinie, an der er momentan da auch nicht weiterkommt. Von daher, Gold ist noch nicht long. Wir haben heute lediglich kleine Impulse gesehen. Größere Widerstände liegen hier noch bei 1177, bei 1230 und am Ende bei 1292 US-Dollar. Erst ab 1300 US-Dollar kann man hier in Gold dann von einer Trendwende sprechen. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber natürlich reagiert Gold und Silber hier positiv. Warum? Naja, die Zahlen sind sehr, sehr schlecht. Von Zinsanhebung wird vermutlich keine Rede sein, sondern eher Zinsverschiebung und das in einem deutlichen Maß. Und das ist letztendlich eigentlich auch bullisch für die Aktienmärkte. Je schlechter eigentlich die Zahlen, desto eher könnte sogar vielleicht auch Quantitative Easing 4 kommen. Also von daher, ganz, ganz schlechte Zahlen sind eigentlich immer ein gutes Argument, weil man sich da bislang noch auf die Fett verlassen konnte. Ging es am Aktienmarkt bergab, wurde einfach ein Quantitative Easing Paket aufgesetzt. Nach 1 kam 2, nach 2 kam 3, dann nach 3 kam nichts mit der Argumentation Zinsanhebung. Und jetzt sind durch die schlechten wirtschaftlichen Kennzahlen auch hier durchaus wieder Theorien über Quantitative Easing 4 im Spiel. Dass das natürlich für den US-Dollar nicht positiv ist, das ist klar. So, noch vertraut man der Fett, dass wenn Quantitative Easing 4 kommt, es eben nur bei Quantitative Easing 4 bleibt. Aber irgendwann ist das natürlich diesbezüglich schon eine Demonstration von Machtlosigkeit. Jedes Mal, wenn die Kurse fallen, wird einfach Scherz-Anline-Aufkaufprogramm initiiert. Darunter leidet vor allem der US-Dollar. Jetzt aktuell sieht man in der kurzfristigen Reaktion 170 Pips und jetzt aktuell gewinnt er wieder an Stärke. Zeigt auch deutlich, der Ausbruch hier war zwar möglich, aber aufgrund der Nachrichten sehr schwer umzusetzen. Denn er ist einfach in einem Atemzug, das ist hier der M1-Chart. Da hat er in einem Atemzug 100 Pips gemacht, dann minimale Korrektur und dann ging es long. Also da konnte man kaum in den Markt, war relativ schwierig. Ich war gar nicht im Forex-Bereich aktiv. Vor allem US-Dollar, Schweizer Franken, das ist ja immer noch hier so meine Premium-Ausbruch-Situation über dem Vorwochenhoch. Wird sich zeigen, noch ist die Situation ja hier offen. Aber das ist die einzige Situation, die man da traden kann. Dann gut US-Dollar, Japanisch-Yen, ganz knapp hier vom Stop-Loss. Hat sich aber dann auch wieder kurz stabilisiert und bleibt weiterhin in der Seitwärtsphase. Also man sieht, die Non-Farm-Payrolls waren mehr oder weniger ein Non-Event. Hinterließen wenig Spuren, mehr Eindrücke, aber wenig Spuren an den Märkten. Und ja, die Woche wird jetzt relevant sein, die nächste. Nämlich, ob wir jetzt eine größere US-Dollar-Rallye sehen. Beispielsweise, wenn US-Dollar, Japanisch-Yen und US-Dollar, Schweizer Franken ausbrechen. Oder sehen wir eher einen US-Dollar, der abverkauft wird und schwächer wird. Beispielsweise, wenn hier der US-Dollar, Japanisch-Yen aus dieser H4-Seitwärtsphase brechen sollte. Short. Das könnte ja dann auch für eine Rallye sprechen im Euro-US-Dollar. Naja, und NZDUS-Dollar wäre aus meiner Sicht gar nicht mal so, also kein schlechter Kandidat, um einen möglichen Long-Ausbruch mit Trendwende zu traden. Aber es ist natürlich noch zu riskant, jetzt hier auf den Long zu setzen. Weil darüber kommen noch wichtige Widerstände, wichtige Retracements. Das ist noch keine Trendwende, die wir hier gesehen haben. Und daher passiert am Ende genau das, was wir hier schon mal hatten. Nämlich einfach nur der Test an der Tages-EMA 50 und dann schießt das Ding einfach weiter nach unten. So, aber das wird sich halt jetzt zeigen. Wird da draußen Boden, dann der Long, so ab dem 76er, sollte man im Blick haben. Oder bricht US-Dollar, Schweizer Franken, bricht der US-Dollar, Japanisch-Yen aus. Dann erhöht das natürlich hier extrem die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Trendfortsetzung im Kiwi. Darum wird es nächste Woche gehen. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind gut durch diesen volatilen Sturm heute gekommen. Kurz runter, also drastisch runter in den Indizes, dann wieder drastisch rauf. Da wurden sicherlich einige Stops abgeräumt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Ich sage Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen. Ja. Vielen Dank.